Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Spell Brigade. Wir spielen zusammen mit der Mario. Grüß dich. Na hallo Manias. Runde 1 war ja schon mal erfolgreich. Wir haben ein bisschen Punkte bekommen bzw. Gold gesammelt in der Runde davor. Und jetzt geht es darum, das Gold zu verteilen. Genau. Wir haben hier solche Dauerverbesserungen, die wir in jeder Runde halt verbessern können. Also mehr XP, mehr Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit, Geschwindigkeit wiederbeleben, habe ich gerade gesehen, gibt es auch das mit den Engelsflügeln. Auch nicht unwichtig. Nein, wir sind ja vorher auch nicht gestorben. Kaum. Richtig. Ich habe alles in Bewegungsgeschwindigkeit gesetzt, was jetzt sieben Prozent erhöht. Das ist ja so nicht schlecht. Gut. Ich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob das jetzt nur für mich oder für uns beide gilt. Weil ich hatte schon den Eindruck, wenn wir jetzt die Karten genommen haben, du warst nicht schneller als ich. Ja, weil es noch einen minimalen Prozentsatz war. Also ich glaube, drei Prozent schneller oder sowas. Also ich glaube nicht. Also das ist, glaube ich, für jeden von uns. Also für unseren Fortschritt, denke ich mal. Man kann ja auch unabhängig voneinander spielen, denke ich. Und so mit seinem Charakter so ein bisschen leveln. Wir haben letztes Mal ein neues Level freigeschaltet. Gefrorene Altvor... Fort... Erde? Ne, wie? Fortere? Altvordere? Was liest du da? Genau. Pressering. Altvordere. Altvordere. Pressering, genau. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall irgendwie ein vereistes Gebiet. Probieren wir jetzt. Ich sage bereit. Ich gehe auch auf bereit. Wir werden uns wahrscheinlich die ganze Zeit durch die Gegend rutschen. Ja, eventuell. Okay, die Würmer sind teilweise festgefroren. Oder die Käfer. Also schon kaputt, würde ich mal sagen. Fast überrollt. So, jetzt lass mal kurz überlegen. Was trifft uns am wenigsten? Wir haben im Moment eh nur Astralkugeln, ne? Na, ich habe Verjüngungsecho. Ne, ich meine von der Waffe haben wir die Astralkugeln. Damit fangen wir an mit den Feuerwellen. Ich habe Krithöhe jetzt mal. Das, wenn ich dich treffe. Mal gucken. Ja, komm, nimm mal mit. Ja, so eine Aura wäre schon ganz cool, ne? Oh, definitiv. Sorry. Oh Gott, geh nicht aufs Eis. Dann rutschst du weg oder klebst du fest? Klebst du fest. Ah, okay. Also du kommst nicht vorwärts. Probier mal auszuladen, dass es noch so ruhig ist. Ja. Aber man slidet auch so schön. Also Zauberschaden erhöhen, Rüstung und Erfahrungsgewinn. Weißt du was? Ich nehme jetzt mal Rüstung. Ich mal gucken. Und ich gehe auf Schaden. Sehr gut. Okay, und durch die Sträucher kannst du dich nur langsam bewegen. Also Eis lässt er nicht mehr gut lenken. Kam der aus dem Käfer raus, der Heiltrank? Interessant. Ich glaube, das ist hier gar nicht so eine schlechte Stelle, wo man irgendwie, also wenn man hier bleibt, wo auch eine natürliche Barriere ist, dass die Gegner so ein bisschen kanalisierter sind als aus einer bestimmten Richtung. Oder aus allen Richtungen. Besser gesagt. Oh, Lebensregeneration ist, glaube ich, nicht so schlecht. Mache ich. Bisschen Leben dazu ist hilfreich auf Dauer. Ich gehe auf Abklingzeit. Mhm. Zauberabklingzeit wahrscheinlich, ne? Ja. Oh Gott, nicht zusammenlaufen. Kuscheln ist doof. Kuscheln ist Aua. Ja, besonders wenn wir die ganze Zeit schießen. Ja, was das Spiel bisher nicht hat, es spielt ja, es schießt automatisch bei vielen anderen Vertretern, diese Jaws von Dan Marco, also diese Horde-Shootern, kannst du normalerweise auch manuell noch in eine Richtung konzentrieren an Feuer. Sodass, wenn ein Gegner hinter dir herläuft, dass du nur in diese Richtung schießt oder solche Sachen. Also ich habe jetzt den Sonnenimpuls. Das ist, glaube ich, diese Aura, die wir hatten. Mhm. Dieser Kreis um uns herum. Schleudert eine Explosionskugel hinter euch, das nehme ich. Das ist ein bisschen weniger schmerzhaft. Ah ja, genau, das ist die Aura. Wie heißt die Sonnenaura? Sonnenimpuls. Sonnenimpuls. Das finde ich gut. Das kann man gut kontrollieren. Du weißt immer, wo der Schaden ist. Neue Zielsetzung. Versiegelt in Spalt. Das kennen wir. Wird da angezeigt? Siehst du ihn? Ah, der ist links von uns. Wie sieht es bei dir mit Gesundheit aus? Hier oben ist ein Haltrang. Bin voll. Lassen wir mal stehen. Vielleicht kann man ja immer noch nutzen. Okay, ich bin im Kreis. Du auch. Gebt noch ein Level ab. Zauberschaden um 25%, aber sowas von. Erhöht den Gründschaden um 10%. Besser als nischt. Oh. Da habe ich die. Oh, die Knollen mit mir knutschen. Die Krabbe. Ich stehe in einem Kreis drin. Jetzt brauche ich einen Zauberdrang. Äh, Zaubersprüche verstärken. Der Schaden eures Zaubers wird in Heilung umgewandt, wenn ihr ein Teamkaraten oder euch trefft. Sehr gut. Brauche ich. Und ich nehme die Astralkugeln, die den Gegner mit den meisten Lebenspunkten antreift. Komm mal zu mir. Genau, hol dir mal den Trank. Probiere ich. Und du schießt ein paar Mal auf mich, dann bin ich auch wieder gesund. Ich probiere es. Ich habe noch hier oben noch einen Zaubertrank zu liegen. Ja. Ja, der liegt noch da, den hole ich. Hier liegt bei mir auch noch einer, obwohl den brauche ich selber. Ja, ich habe ihn gesehen. Sollte man die Würmer auslösen und dann flüchten? Macht vielleicht Sinn, ne? Diesen Zappelhintern. Lebensreck um zwei Prozent. Boah, weiß ich nicht. Ich muss... Grundbewegung. Ja. Ich nehme Schaden. Du machst Bewegung? Ja, sechs Prozent. Selten. Gerade wenn du die explodierenden Teile da auslöst, kann das nicht verkehrt sein, wenn ich schneller rennen kann als du. Das stimmt. Probiere mal auszulösen. Ja, das macht Sinn. Vor allen Dingen machen diese Explosionskäfer, die machen auch Schaden an ihren eigenen Kollegen. Oh, sehr gut. Also du kannst sie praktisch nutzen, wenn sie in der Gruppe laufen, dass du sie so praktisch als zusätzlichen Schaden nutzt. Habgängzeit um 15 Prozent ist auch gut. Schneller Zaubern ist immer gut. Was hast du? Ich hab auch die Abklingzeit genommen. Oh, nicht die Mama. Oh, da explodiert einer. Jetzt müssen wir... Was sind die blauen Dinger? Die müssen wir noch nicht aufsammeln, oder? Boah, durch die Büsche durchs... Die Käfer sind aber durch die Büsche auch langsamer. Ah, die blauen Dinger sammeln die XP-Punkte im Umkreis ein. Ah, super. So ein Magnet sozusagen. Gab's vorhin auch noch irgendeine Karte, dass die Reichweite erhöht wird? Schaden erhöhen, immer gut. Erhöht eure Sammeldistanz. Ja, das ist ja sowas, dass ihr die einsammelt. Aber ich erhöhe die Größe des Sonnenimpuls um 17 Prozent. Quasi mein Umkreis. Auch nicht schlecht. Mehr Distanz zum Gegner. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt wird's aber blöd hier. Ich bin auch noch langsam. Hab's rausgeschafft. Was viel bei mir Schaden macht, sind die, die mit Geschossen, mit diesen Lava-Geschossen schießen. Die übersehe ich einfach zu oft. Hm. Ja, geht mir auch so. So, Abklingzeit war ich ja nur 9 Prozent. Ich hab Heilung. Ich hab mal Heilung nochmal erhöht in der Hoffnung. Oh, schon wieder einer getroffen. Ah, warte mal. Ich kann die Bomben nutzen, die ich setze. Und krieg dadurch, krieg dadurch Heilung. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt hat's mich gerissen. Ja, warte. Ich hol dich. Ich hol dich. Danke, danke, danke. Okay, komm mal. Und... Einschlag. Du hattest ja von hinten die Errungenschaft am meisten Schaden und ich hatte am meisten gestorben. Die meisten Getöteten. Ich hab einen epischen Grundschaden erhöht. Ähm, Glück. Bin selten. Na, mal gucken. Glück erhöhen. Was jetzt? Vollendet? Irgendwas haben wir vollendet. Ach so, äh, stieße die Opferungen ab. Wo sind die? Unten. Unten, ja, ich komme. Okay, bin im Kreis. Naja, ich hab leider hier so'n... Ja, wir müssen... Wir müssen auch zu zweit hier drin sein. Ja, ich komme. Ich glaube, wir müssen jeder auf einer Seite stehen oder sowas in der Art. Ich glaube, nur zu zweit. Aber probieren wir aus. Du bist ja auf dem Weg. Ja. Bin gleich da. Jetzt bin ich da. Und überall diese... Gestrüpp noch. Oh, 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 oh. Das ist natürlich auch noch schwierig. Ja, das kommt nicht so. Okay, ich muss mal kurz... Na, das wird spannend jetzt. Okay, ich muss raus hier. Ich komme gleich zurück. Ja. Oh, Grundbewegungsgeschwindigkeit um 9%. Oh, das ist super. Das ist ja so viel, wie ich bald ausgegeben habe durch die... durch das Gold. Ich glaube, ich bin auf 10% gekommen mit deinen Upgrades. Okay, ich komme runter. Na, ich muss kurz im Kreis laufen, damit ich dir... Das wird eine echt knappe Nummer hier. Oh, du musst auch flüchten. Das ist schlecht, weil hier ist ganz schön voll bei mir gerade. Ich komme aus, komm. Ja, 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 ich bin durch. Ich bin durch. Oh Gott. Hilfe. Ich hole dich. Geh ins Licht. Danke. Kritische Treffer-Chance um 6%. Klingt gut. Habe ich 20%. Boah, krass. Okay, nehme ich. Okay, ich bin wieder da. Wir haben noch 29 Sekunden. Oh Gott, nein, ich ziehe mich rein. Oh Gott. Sorry, sorry. Kein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Okay, wo bist du da? Ja, 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 irgendwie durch. Das schaffst du. Ja, ja, gar kein Problem. Wo bist du? Weiter hoch? Rechts von dir. Ah, ich sehe es, ja. Ziel fehlgeschlagen, ja, kann passieren. Kollege tot. Oh. Okay, ich glaube, ich bin wieder da. Okay, ich bin tot. Äh, wie? Hä? Okay, ich dachte... Ich hole dich, ich hole dich. Aber eben war Feierabend. Als wir das gespielt haben, ne? Oh, du bist ordentlich schnell. Nee. Ich hole dich doch. Ich habe dich geholt. Ja, du hast mich geholt. Was? Jetzt komme ich. Du holst mich automatisch gleich mit. Oh, Crit um 20%. Ja, definitiv. Zauberschaden 10%. Ich versuche noch unten rechts zu flüchten. Okay, Runensturm. Verschiedene Richtungen. Spur. Oder Bumerang. Boah, ich nehme mal einen Bumerang. Ich nehme den steinigen Weg. Wenn ich nochmal auftauche. Oh nein, jetzt bin ich auch noch hier langsam unterwegs. Ganz schlecht. Das ist ja wohl Zeit. Hier ist eine Kiste. Warte mal, ich habe hier eine fette Truhe. Ich komme gleich zurück. Moment. Leben retten, Truhe. Ich sehe schon, wie die Prioritäten gesetzt wird. Das ist ein Relikt. Verringertes freundlich Feuer. 20% weniger. Ja, ist schon gut. Was nimmst du denn jetzt? Den Schaden, also den Gegnerischen Schaden, den Friendly Fire reduzieren. Okay. Nehme ich auch. Nee. Okay, ich wollte oben raus. Ich dachte, ich komme noch durch. Wenn wir irgendwas mit Gesundheit nehmen sollen. Ist egal. Das war ein bisschen dumm. Ich habe nicht ihre Kraft, dass ich noch so wenig Leben habe. Naja. Neues Outfit. Reginald, Lehrling der dunklen Künste. Okay, ich habe die meisten Kills. Du, die meisten Schaden. Ich habe am meisten Schaden. Aber das merkt man ja auch. Oder? Ja, komm, da müssen wir noch eine Runde hinten dranhängen. Das geht ja so nicht. So können wir ja nicht rausgehen. Ich will nur mal kurz gucken. Kann ich jetzt irgendwie... Oh, neues Outfit. Ja, das wähle ich jetzt auch. Das wäre halt wenigstens Augen. Und dann haben wir noch ein bisschen Gold. Und damit verbessere ich die Wiederbelebungszeit. Und meine maximale Gesundheit. Ja, so viel Gold habe ich nicht. Maximal Gesundheit haue ich noch mit rein. Okay, kann losgehen. But all right. Ah, Wartungsspieler. Cancel, cancel. Habe ich, habe ich. Oh. Oh, wir sind raus. Da ist übrigens das Team. Okay, dann muss ich dich jetzt wieder einladen. Genau. Kriegen wir hin. Eingeladen. Ach so, jetzt habe ich dir eine Einladung geschickt. Einen Moment. Wir spielen übrigens mit Controller. Also es steuert sich ganz gut. So, ich bin da. Okay, jetzt habe ich nicht auf auffüllen. Das müsste irgendwie steinmäßig aus sein, das auffüllen, finde ich. Ist noch auf, bei mir ist es noch an. Bei mir ist es aus. Aber ich sage mal nicht bereit, an, aus. Okay, jetzt ist es aus. Ah ja, okay. Oh, da liegt der in der Flasche. Direkt ein Drang. Das Spiel will uns helfen. Hatte es gesagt. Guck mal, du letztes Mal. Mitleids. Mitleidsflasche. Äh, ich gehe auf Schaden. Ähm, ich... Ausweichwahrscheinlichkeit. Schadensreduktion durch Ausweichen. Ob er dann prozentual einen Schaden reduziert, oder ob er prozentual keinen Schaden bekommt. Wahrscheinlich keinen Schaden, in dem Moment, wo der Angriff kommt. Ja, würde ich tippen. Dass es eher kein Schaden ist. Grundgeschwindigkeit erhöhen. Richtig. Abklingzeit selten. Okay. 15% verringern. Ihr könnt übrigens beide Sichten jeweils auf dem Kanal des anderen sehen. Also, wir nehmen beide auf, wollte ich damit sagen. Auf allen Kanälen könnt ihr dann die Ansicht jeweils euch angucken von der Runde. Und die Fähigkeiten vergleichen. Ja. Guten Tag. Ist ja noch relativ ruhig. Ich gehe auf Zauberschaden. 15%. Mache ich auch. Also, es liegen hier zwei Tränke an der Position, wo ich bin, relativ nah beieinander. Ich brauche es jetzt noch nicht. Ich bin hinter dir, ja. Ich brauche es auch nicht. Ich habe 750 Energie. Wie, was ist denn das passiert? Oh. Ich nehme jetzt mal das Schwert. Oder nee, was? Der Runensturm. Der Necro-Wirbel war der, der erzeugt wird, ne? Oder? Mhm. Mhm. Ich nehme den Runensturm. Ich nehme die Bombe. Das war ganz gut. Robert. Wir werden uns gegenseitig verletzen. Also, ich werde dich verletzen. Nein, nein. Glaube ich nicht. Sicher? Warte mal. Ich komme mal zu dir. Bist du dir doch sicher? Wie viel? Oh, stimmt. Ja, alles klar. Leichter Streuschuss. Wie viel heilen die nochmal, die Fläschchen? 200? Probier einfach aus. Probier mir noch. Ja, 200. Das schaffen wir auch ohne. Ja, natürlich. Okay, wir müssen hier die Statuen zerstören. Okay, das sind diese Steinkäfer, ne? Okay. Ja. Grundschade um 10%, aber sowas von. Reichweite, Abklingzeit, Abklingzeit. Okay, ich ziehe mal weiter. Hier auf dem Eis auf jeden Fall noch. Nimm ich gleich mit. Also, wie lange braucht man so eine Startup, bis sie kaputt geht? Dann müssen wir 16 Stück von knetschen. Ja, aber das geht relativ fix. Nur zwei haben wir schon. Ah, ich habe eine. Also, in meiner Position sind immer noch gute Heiltringen, falls du zu viel Schaden hast. So, jetzt haben wir schon sechs. Also, du machst eindeutig mehr Schaden oder triffst besser? Ich stelle mich halt so hin, dass ich gleich zwei Statuen gleichzeitig erwische. Ah, verstehe. Oh, da ist so ein Wurm. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich brauche Energie. Verringert die Abklingzeit um 25% von Hexenbomben. Nehmen wir. Ich kalt jetzt einfach den anderen Käfer hier ran. Da oben ist noch eine Statue. Die werde ich mir holen. Einer ist mal bei mir. Da ist ein Explosionskäfer. Die kann man gut... Oh, hier sind mehrere. Auf einer Stelle. Ich versuche jetzt mal den Explosionskäfer hier rein zu ziehen. Zauberschaden erhöhen. Na, Erfahrungskillen. Obwohl, wenn man Glück skillen würde, dann wäre es eventuell... Oh Gott. Dann wäre es eventuell so, dass die Ziel erfüllt. Sehr gut. Sehr gut. Was kriegen wir? Ah, eine Erweiterung der jeweiligen Zauber. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich den Rudensturm nehme, dass wir uns wirklich irgendwann töten. Ja. Also egal. Egal. Komm. Egal. Was soll schief gehen? Ah, siehst du? Da kommt ja schon so ein Kuscheln. Ja, ich halte ein bisschen Abstand. Ah, diese großen Bodenflatscher. Wenn man da drüber läuft, werden die zum Wirbel ausgelöst. Die großen Bodenflatscher. Das sind wie so ein riesen Fleck auf dem Boden. Ach so, das ist so ein bisschen wie, guck mal da hinten. Die großen Boden. Das sind wie so Explosionen, die man dann auslöst. Die haben einen gewissen Timer. Ich gucke mal, ob ich so einen großen Bodenflatscher finde. Also sie sehen aus, als wäre ein großes Vieh kaputt gegangen. Ah, okay. Zauberschaden. Abklingzeit. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay, jetzt diese Astralkugeln, die man als erste Waffe hat. Wenn die jetzt auftreffen, zerfaseln sich in mehrere Kugeln. Das ist ziemlich gut. Umarmung der Weisheit. Erfahrungsgewinn um 17% episch. Okay. Keine Ahnung, ob uns das was bringt, aber ich nehme das jetzt. Das ist episch. Wollte gerade sagen, es muss gut sein. Ich gucke gerade, wo du dich rumtreibst. Das muss hier nicht über den Haufen schießen. Ach, da unten. Na, Mensch, scheint es ganz gut zu gehen. Wenn ich mich jetzt nicht oft genug von den, von diesen Käfern, die selber ballern, treffen lasse. Au. Sprach, so wurde getroffen. Uah, uah, uah. Grundschaden um 5% oder Zauberschaden. Ah, Abklingzeit. Verstehe ich. Wo ist der Unterschied? Der Grundschaden und Zauberschaden. Vielleicht gibt es zwei verschiedene Arten von Waffen. Ach, das eine. Ach so, Astralkugeln erhöht den Zauberschaden um 10%. Und der Grundschaden ist wahrscheinlich auf alle. Dann nehme ich auf alle Schaden. Ja, ich gehe auf Abklingzeit. Wenn man schneller zaubert, macht auch Sinn, ja. Ich hätte noch auf Reichweite gehen können. Aber gerade was das Einsammeln angeht. Halt nochmal interessant. Oh Gott, voll reingerannt in so ein Feuerball. Neue Zielherzungen. Jagd die Goldfleischkrabbe. Ja, das wird jetzt ja interessant. Die ist bei mir, die ist bei mir. Die ist bei mir. Ja, da sollten wir mal gucken, ob wir da... Warte mal, ich... Oh Gott, ich bin auch noch Gott voll drin gestanden. Neues Level. Ich mache Geschwindigkeit. Erfahrungskrinnen, Zauberschaden. Jagst du die Krabbe? Oder soll ich sie jagen? Naja, ich habe hier so ein paar Explosionskäfer gerade um mich rum. Ja, warte, ich jakse. Wurde auch nicht. Sie jagt dich? Ne. Die ist schneller als ich, habe ich das Gefühl. Boah, jetzt unbedingt mal Leben. Ich komme mal da zurück, wo wir vermeintlich... vermeintlich diese Tränke noch liegen haben. Hoffe ich. Ich glaube, da liegt nicht mehr viel. Oh, Astral... Astralkugeln. Erweitert euren Zauber mit Feuer. Okay. Oh, der ist aber sehr schnell. Ich bin tot. Okay, ich versuche ihn zu jagen. Wann mache ich mich jetzt kurz außenrum? Und dann hole ich dich. Ich hole dich? Ich brauche halt nicht mehr viel. Ja, okay, perfekt. Voll in den Wurm reingerutscht. Ich hoffe, jetzt kommen wir langsam in den Heiltrank. In den Heiltrank ist hier unten bei mir. Okay, probiere es. Ich gehe Richtung Krabbe. Ja. Oder auch nicht. Grundschaden erhöhen. Ich habe Angst, zu dir zu kommen. Ja, ich verstehe das. Ich habe selbst vor mir Angst. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Ich muss hier durch. Lauf. Wir sollten nicht versuchen, mit Gewalt hinzubekommen. Auch wenn wahrscheinlich nicht mehr viel fehlt. Ich versuche dir mal ein bisschen die Gegnerformen ein bisschen wegzuhalten. Bei mir ist auf jeden Fall da nochmal ein Heiltrank. Jetzt lässt deine Spur alles beschädigt. Magische. Ich nehme das Schwert. Ich nehme den steinigen Weg. Oh, das Schwert ist nicht schlecht. Das ist auch so ein bisschen, es schwingt um einen rum und macht es wie so eine Aura. Der steinige Weg. Du ziehst eine Spur hinter dir her und alles, was da reinläuft, kriegt Schaden. Kriegt Schaden. Also schön, genauso richtig, wenn man wegrennt. Müsst du bloß noch ein bisschen nähern, Mann. Oh ja, das ist eine Truhe. Bei mir auch, ja. Ja, okay, das ist die Truhe. Komisch, das ist ja die gleiche Truhe. Kraft der Freundschaft. Schaden wird um 10% für jeden Teamkollegen in der Nähe erhöht. Ich nehme Frentifyer reduzieren, 20%. Ja, okay, nehme ich auch. Oh, Gott. Hier wird es ganz schön voll. Zaubergröße um 12, was immer das heißt. Wahrscheinlich das Schwert vergrößern oder den Bereich. Maximale Gesundheit um 200 erhöhen. Mhm. Das ist stark. Boah, jetzt habe ich diesen Magneten mal ausgelöst. Ist ja richtig gut. Der die Sachen einsammelt. Die Punkte. Hm. 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 wo bist du denn irgendwo links oben ja und hier aus gesehen hättest du links von dir ich habe noch einen fitzel energie deswegen halte ich mich von dir fern ja solltest du grünen käfer die nerven weil die heilen was ich nicht ganz verstehe am anfang sind so viele heiltränke gefallen aber jetzt kommt ja nichts mehr rum also sind nicht mehr die gegner da die grundsätzlich heiltränke da fallen lassen oder das ist einfach wirklich pech unser glück ist aufgebraucht okay pilze sammeln krit erhöhen erhöht die größe von zaubern erhöht die größe von zaubern ziehen akane schwert ich nehme es akane schwert das wird diese ausweich geschwindigkeit schon irgendwie verstanden boah nämlich hat es gerissen und du bist links oben ja die richtung genau du musst mal schauen wenn du es wieder spawns kannst du den spornpunkt festlegen ah ok also indem du einfach auf dem steuerkreuz drückst oder in irgendeine richtung zieht das wird aber eng jetzt lebe ich wieder das hat man vorhin auch aber du lebst du bist noch tot ich bin noch tot aber jetzt sehe ich das mal mit dem schwert das ist auch cool das verstehe ich aber nicht warum sind wir im letzten mal so relativ zügig komplett durch gewesen und jetzt im wechsel warte du lebst ich versuche so ein bisschen nach rechts oder warte ich gehe nach links sonst nicht in die quere kommen weg 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 oh gott das war ein fehler ich bin tot okay ich versuche zu kommen hätte nicht durch die masse durch sollen naja ich muss nur gucken da oben bist du okay keine ahnung gesundheit erhöhen ist immer gut oh gott ob das jetzt so clever war weiß ich nicht okay weiß ich nicht ich kann nicht steuern weil ich komme ich komme runter ich komme runter und hol dich gleich ja cool wir haben wieder neues gebiet neues gebiet sehr schön sehr nett sehr nett cool hat spaß gemacht war lustig auf jeden fall ich hoffe ihr habt genauso viel spaß beim zuschauen wie wir beim zocken vielleicht habt ihr bock auf eine dritte runde dann gucken wir uns noch mal diesen diesen neuen real man diese lava umgebung mal gucken was ist das pyrostorm grube bin gespannt mayo es war mir ein fest hat wirklich wieder viel spaß gemacht gerne wieder dann bis zur nächsten runde bis dann ciao ciao